Servus seit gestern gibt es beim Gipfel der Zeit Wandernder Ballon. The Forest Edge ist freigeschaltet worden. Hauptbelohnung sind 5 goldene Rollen. Bisschen mau. Hätten sie ruhig zehn machen können aber drauf geschissen. Ein paar blaue Helden, 600 Diamanten und 3000 Punkte fürs oder Münzen fürs Hotel. Gut hier haben wir die anderen fünf goldenen Rollen. Können wenigstens eine Zehnerziehung machen. Ich skip dann wieder so wie ich das gedreht habe und dann sehen wir uns gleich da oben. So hier oben angekommen. Erstmal Sinn und Zweck den Weg hier freizumachen. Also ziehen wir jetzt einmal hier dran. So können wir die Kanone da laden. Das machen wir auch gleich. Dann ziehen wir einmal das Rädel ganz oben und können dann mit der Kanone gleich rüber schießen. So haben wir die frei und wenn wir dann hier oben sind, skippe ich dann wieder euch rein. So hier hinten angekommen. Ziehen wir einmal kurz den Wagen nach oben. Ziehen die beiden zurück. Ne, die Linie kostet nicht ganz. Muss noch einmal kurz das Ding hier runterziehen. Dann können wir auch schon feuern. So dann können wir uns eigentlich den Weg hier auch noch gleich frei machen. Dazu ziehen wir einmal das ganze Ding hier nach unten. Ziehen wir das Ding hier wieder hoch. Ne, warte mal das passt nicht ganz. Na ja genau. Dann ziehen wir jetzt einmal das Ding hier rüber und noch einmal nach unten. So dann sollte es jetzt eigentlich passen. So dann müssen wir einmal das hier oben noch aktivieren. Dazu brauchen wir die Linie hier unten. Ziehen das einmal kurz ran. Dann haben wir die Linie schon frei und können erstmal hier oben weiter kämpfen. oben angekommen. Das gebe ich euch dann schnell wieder rein. So hier oben angekommen. Ziehen wir das Ding einmal kurz rüber. Dann müssten wir genau die Linie haben. Können von hier unten durch feuern. Ziehen das Teil wieder weg. Und einmal hier feuern. Genau. Und ich gebe euch dann wieder rein, wenn es weiter geht. Ich habe gerade gesehen, wir könnten das eigentlich auch klein machen. Dann sind wir hier oben komplett fertig. Ziehen das Ding nochmal ganz nach rechts. Und einmal Feuer frei. So haben wir die Kanonen hier unten auch gleich angemacht. So hier unten wieder angekommen. Müssen wir einmal den hellgrauen Weg frei machen. Ganz easy zweimal nach unten ziehen. Dann ist der Weg frei. Und wir können durchballern. So damit wären wir hier durch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg. Wie wenn ich sie so richtig euch nicht? Wie lange haben keine Blast Freunde wieder innen? Wir lassenten euch wieder zurück. Also ist der Weg weg.